Moin Forellenfreunde, mein Name ist Heiko. Ich komme vom Müllers Hobbymarkt in Mordorff. Ihr seht hinter mir, wir haben ein richtig geiles Forellenprogramm hier und ich will mal so ein paar Sachen vorstellen. Und zwar ist das von der Firma Paladin. Es ist diese Forellentasche. Hier habt ihr drei Boxen vorne drin. Hier oben könnt ihr eure ganzen Dosen unterbringen. Dann kann man es noch weiter aufklappen. Hier könnt ihr eure ganzen Posen unterbringen. Also die Tasche ist echt klasse und vor allem der Preis stimmt. Hier hinter habt ihr das Forellentrolli. Und diese Forellentrolli, das Innenleben, kann man rausnehmen. Dann kann man seine Rute hier hinten reinpacken. Das geht wunderbar. Also echt klasse. Dann nehme ich mal gleich die Rute hier. Dann haben wir hier die neue Serie von Paladin, die Colorado. Beides abgestimmt. Route und Rolle sind beides abgestimmt. Echt super klasse. In verschiedenen Gewichtsklassen zu kriegen. Kommt vorbei, guckt euch die einfach an. Und vor allem der Preis stimmt auch. Super klasse. Dann geht's weiter. Hier mit dieser wasserdichten Tasche. Diese wasserdichten Tasche lässt sich optimal eignen für Filets. Also das ist echt super das Ding hier. Das ist echt klasse. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel mal was kühl lagern wollt oder so ein bisschen Eis mit rein. Also die Dinger sind echt klasse. Habe ich selber auch gerne immer mitgenommen, wenn ich in Norwegen unterwegs bin oder selber am Forellenteich. Dann haben wir hier unsere Top Köder von Paladin, die Feinripp. Gibt's in verschiedenen Geruchsstoffen. Kommt vorbei, guckt euch das Ganze einfach mal an. Dann seht ihr hier hinter mir die ganzen Spoons. Dann haben wir neue Schlepphosen gekriegt. Und dann haben wir hier vor allem haben wir dann noch unsere Stehaufmännchen, sage ich immer dazu. Und die stehen wirklich nicht. Ja Leute, kommt einfach vorbei. Und mal gucken wer sich hier so alles sehen lässt. Und ich freue mich auf euch. Bis dann. Bis dann.